Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Camper. Ich bin heute auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Walking Death World to Survivor. Na ja. Und dann mache ich mal die Arbeiter, wo ich gestern aufgehört habe. Heute wird es auch ein bisschen schneller gehen. Wo gehe ich mal von aus. Hits the route. Los. Ich soll jetzt ein Video angucken. Na gut. Dann mache ich einen kleinen Cut. Und dann mache ich den Video. Und dann mache ich den Video. Oh. Oh. Ich habe mehr Platz. Drei Sachen. Jawohl. Wenn es da probiert ist, wie ich gerne habe. dalam Zukunft gibt es ein Video. Ich werde ihn extra 45 drive instructor. Drei Sachen. Ach, schon wieder voll. Hm, was brauche ich denn da? Werkstätten habe ich zwei Stück. Okay, es ging nur in eine Werkstatt und ein Lager. So, Materialdepot, Farben, davon habe ich schon zwei, Plündererlager. Hm. Hm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also hier könnte ich auf jeden Fall Sachen kaufen und TomTomGPS Hier könnte ich auch Sachen kaufen, okay Hier auch Nur die eine Kiste Und hier nichts Post Und hier ist die Kiste Ah, es ist in der Neu. Ah, die Tasche ab. Ah, immer noch der eine. Oh, zwei jetzt. Ah, geht nicht. Okay. Schade, ich habe es so früh angefangen. Ich habe es so früh angefangen. Ich habe es so früh angefangen. Waffenkamera. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Oh, schon fertig 10 Minuten schon rum Das geht so schnell Ok, ich schau drei kostenlose Minus Ok, da sind wir wieder drei Videos angeschaut Jetzt kann ich endlich den einfordern und den einfordern Fertig 11 Minuten hätte ich noch gehabt Trotzdem einfordern Ok Hmm Zweite Zeilte Und den letzten auch noch einfordern Jawohl Ja, das ist einfordern Ja, das ist einfordern Warum kann ich eigentlich keine Leute mehr holen? Komisch, komisch. Oh, ich bin Gold, zwar nur Gold 1, aber ich bin mit meiner Lieder oder ist das nur, warum bin ich das nur? Oh, naja, egal, egal, ich möchte kämpfen, aber schon wieder so viel neu, S4 schaffe ich nicht, S5 schaffe ich nicht, S5 schaffe ich nicht, S4 schaffe ich nicht, S1, den könnt sie schaffen, wird aber auch schwer, ich habe nur einen starken Kämpfer, S14, S6 und S8, S9, S6, ich möchte keine nahrung ich habe zu viel nahrung ich gehe noch mal in der stadt rein das kann doch nicht sein trainieren und da kann ich sechs leute trainieren hier 22 22 und 6 ungewöhnlich ungewöhnlich und den beten ja nicht genügend münze, wieviel fehlen mir noch, fünf, habe ich hier irgendwie was, ach ja so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, das ist doch nice. Ich habe zweimal B-Truppen empfohlen, B+. Ah, so schlecht, meine Leute. C, den kann ich machen. Bestätigen, Mission starten. Bestätigen, Mission starten. Okay, die sind unterwegs. Okay. 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 Ja, komm nur. Wo kann ich denn mein Essen hinschmeißen? Ich brauche auf jeden Fall keine Farben mehr, ich habe vier Farben. Der sagt, ich muss noch eine Farben bauen, das gibt es doch nicht. S9 schaffe ich nicht. A öffnen, trotzdem kämpfen, egal. Wir eröffnen ein neues Team. Das ist witzig. Das ist witzig. Das ist witzig. Fünf Wellen, na gut. Das müsste man ja eigentlich schaffen. Oh, Internetverbindung schlecht. Das kann doch nicht sein. Letzte Welle. Jawohl. Zurück auf der Straße und weiter. Trotzdem kämpfen. Angriff. Das ist meine RIG-Armee. Oh. Hast du eine Schwierigkeitsstufe gehabt? Das ist eine Schwierigkeitsstufe. Das ist eine Schwierigkeitsstufe. Das ist eine Schwierigkeitsstufe. Eine zwei Sterne. Eine zwei Sterne. War nur A. Ah, wir finden jetzt eine Zwei. Auffüllen. Auffüllen. Oh, wer ist denn dort? Das ist doch nur A. Warum sterben die? Das kann doch nicht sein. Was? Warum sterben die? Das kann doch nicht sein. Ich habe keine Zwei. Das kann doch nicht sein. Ich habe keine Zwei. Komisch, komisch. Zu wenig Holz, zu viel Nahrung. Die nächste Farm. Um. Okay. Was ich nur noch nicht verstehe ist, damals hatte ich ganz viele Leute hier. Es war hier alles voll gewesen. Jetzt habe ich nur so wenig und ich kann keine mehr dazu holen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Na gut, dann machen wir eh schnell noch fertig die Tagesquests. Oh, die Tagesquests. Für meine Raid teilnehmen. Find einen Gegner. Angriff. Und dort ist er. Weiter. Hm. Super. 3. Jawohl. Und Nummer 4. Ja. Oh, ich glaube jetzt bin ich nicht tot. Oder? Doch. Doch, doch, doch. Und der letzte Schlacht. Subi. Haben wir das auch fertig. Mission. Mission. Abholen. Gratis beitreten. Automatisch füllen. Ja. 5 Sterne. Ja. 4 Sterne. Na ja. Ich habe wieder Holz. 1. Und jetzt werde ich sterben. 3. 5. 5. 6. 6. 10. 10. 11. 10. 10. 11. 11. Und das war's. 11. 11. Dann gehen wir noch schnell wieder zurück. Machen die nächste Mission. Surviver abschließen. 8714. Automatisch füllen. Angriff. Automatisch füllen. Automatisch füllen. Automatisch füllen. Automatisch füllen. Das war's. Das schaffe ich. Jawohl. Automatisch füllen und Angriff. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Immer das gleiche. Zweite Welle. Sie fahren ja leichter wie die Zombies. Das schaffe ich. 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 Ich glaube hier war ein kriterium. Es sollte nur Frauen kämpfen. oder? Oh oh, 1-1. Okay. Jetzt ist da nur einer. Geschafft. Ui, die ist aber stark. Nein. Das schaffe ich nicht. Profil. Titel. Einfordern. Einfordern. Okay. Schade. Na dann. Nächste Mission. Schließe einmal eine Arena-Beitritt ab. Habe ich doch schon. 4 Charaktere. Charakter auf Stufe 10. Nehmen wir die hier. Auf Level Maximal. Okay. Zwei Belohnungen öffnen. Super. Da habe ich doch nichts mehr. So eine Münze habe ich nicht. Mist. Habe ich auch nicht. Und Gold habe ich auch nicht. Ah, hier. Super. Dann haben wir noch Videos gucken. Viel Charaktere. Ja, wie komme ich jetzt an viel Charaktere ran? Ich muss einfach alle. Ach, der ist Level 21, 16. Ach Mensch. 1, 2, 3, 4. Hier. Okay. Zum Beispiel. Probieren wir mal. Gosh, wir haben die China. Gewons. Schöschöschösch. Noch mehr Vange. Es gibt es doch nicht. Ah, jetzt ist die Tagesquests abgeschlossen. Gut, 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 gut. Ich sollte nur die ganzen Revanchen beenden. So, und die nächsten Quests mal wieder Videos anschauen, das machen wir jetzt nicht. Das habe ich vorhin schon gemacht. Einem fordern. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Trainieren. Alle auswählen. Umwandeln. Inventar. Allgemein. Oh, eine Goldbox. Einfordern. Und. Charakter. Super. 23. Warum ist denn hier immer was? Ich kann ein Zelt öffnen. 20 Zelte öffnen. Wie? Ein 4 Sterne Rekrut holen. Einfordern. Hey. Ich würde mal den haben. Und eine Waffe einfordern. Und eine Waffe einfordern. Aber auch gleich. Gut, das war's denn. Aber irgendwo kann ich hier noch 21 Sachen holen. Mit Gold schon mal nicht. Mit den auch nicht. Die auch nicht. Hier habe ich ein Zelt. Warte mal. Okay. Gold. Nein. Gold. Nein. Gold. Ach ja. Das waren 21. Einfordern. Ja. Das war's. Perfekt. Weg hier. Ach. Krass. Okay. Jetzt habe ich hier ganz viele neue Charaktere. Super. Na gut. 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 Das war's denn für heute. Ich werde das Spiel verlassen. Beenden. Hol jetzt mein Ticket ab. Und sag's schon mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin mit euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Oh. Da war ein Elefant. Tschüss.